Musik Es muss süß und kraftvoll, es muss dunkel und hell, hart und weich klingen können. Und ein gutes Instrument ist auch ein Gegenüber, wo der Musiker sich ein bisschen daran abarbeitet, was ihn fordert, wo er auch Facetten entdeckt, auf die er von alleine nicht gekommen wäre. This is a meeting point for those looking for something exceptional. An alliance among friends, among violin makers and bow makers. A group with the name Klanggestalten. Its members will meet for the 15th time this year in Berlin. The event is open to professional musicians, music teachers and players interested in finding a quality handcrafted master instrument. Wir kennen uns teilweise alle schon sehr lange und verbringen nette Abende miteinander. Und natürlich steht auch der Austausch im Vordergrund. All instruments on display at Klanggestalten can be played and tried out. This enables the string player to compare the sonority and specific qualities of the unique instrument with its neighbors. Wir haben Instrumente von ganz verschiedenen Schulen, ganz verschiedenen Stilen. Jedes für sich ein Meisterinstrument, aber es ist einfach für jeden Musikergeschmack etwas anderes dabei und jeder kann hier wirklich etwas finden, was sein Instrument ist. The event also provides an excellent occasion for music students to exchange their views with other musicians. And this can help them choose their own personal instrument. Endlich haben die Studenten das für sich entdeckt. Die haben entdeckt, dass es nichts notwendig ist, um unglaublich viel Geld für ein altes instrument zu bezahlen, wenn man moderne Instrumenten findet, die genauso gut sind und eigentlich mehr Zukunft haben. Klanggestalten ist ein internationales Exhibition. Es ist eine ganze Zeit, die in einem großen Germanen Stadt stattfindet. Der Baumarker, Robert Pearce, lebt und arbeitet in Belgien. Robert Pearce, Robert Pearce, I find it an absolutely fascinating craft, to be able to produce something that allows an artist to have all the colors, the sounds and to communicate music the way he wants. Once a year, members of Klanggestalten get together for a workshop in France. Far away from the pressures of everyday life, they spend a week together working on their current instruments. Wenn wir uns im französischen Jura treffen alle miteinander, dann treffen wir uns hauptsächlich um miteinander zu arbeiten. Wir haben dann unter Umständen einen Banknachbar, der in einer ganz anderen Schule ausgebildet wurde, anderes Werkzeug benutzt, andere Meinungen natürlich hat, wir diskutieren, wir schauen einander zu, unheimlich befruchtend für uns und das inspiriert uns auch für die Arbeit in unseren eigenen Werkstätten über das ganze Jahr, bis wir uns wiedersehen. Das war's für die Arbeit in unseren Werkstätten über das Jahr, bis wir uns wiedersehen. Das war's für die Arbeit in unseren Werkstätten über das Jahr, bis wir uns wiedersehen. Das war's für die Arbeit in unseren Werkstätten über das Jahr, bis wir uns wiedersehen. Das war's für die Arbeit in unseren Werkstätten über das Jahr, bis wir uns wiedersehen. Das war's für die Arbeit in unseren Werkstätten über das Jahr, bis wir uns wiedersehen. Das war's für die Arbeit in unseren Werkstätten über das Jahr, bis wir uns wiedersehen. Das war's für die Arbeit in unseren Werkstätten über das Jahr, bis wir uns wiedersehen. Das war's für die Arbeit in unseren Werkstätten über das Jahr, bis wir uns wiedersehen. Das war's für die Arbeit in unseren Werkstätten über das Jahr, bis wir uns wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020